Herzlichen Dank für Eure Vorführung, da gibt es ganz unterschiedliche Taktinnen, ja, herzlichen Dankeschön für die Vorführung. So, hier haben wir auch eine besondere Maschine am Start, und zwar in superleichtbauweise P-Works, also geschaltenes Plottenmaterial eingesetzt, Eigenkonstruktion, elektrisch angetrieben natürlich. Danke, ich gehe mal zu meinem Auto, also dargestellt ist hier unschwer zu erkennen, eine 747, diese Modelle kann man natürlich nur in der Abendstimmung, in der Umstelle prüfen, die zeichnet die Kugelflöcke, also den auftraggebenden Element und den Gesamtgewicht der Maschine. Der große Vorteil bei niedrigen Plötzendelastungen ist die erreichbare Fluggeschwindigkeit, dadurch werden die Modelle extrem langsam und wirken über ihre Größe sehr realistisch im Vergleich zum Original. Der Pilot hat jetzt auch ein paar Kilometer Aufstieg genommen, es ist der Rony Romino, und auch er gehört, glaube ich, zur Equipe France. Frage Das ist der beau da, die neue Lok archiviert. Hier ganz gut,uyor. Da bitte, danke, Ihr, Frau. Das war auch gut.